Einer hat ein Video zu MMT gemacht und dort Argumente gebracht, warum die MMT, also die moderne monetäre Theorie, falsch liegt. MMT zerlegt die unsichtbare Gefahr. Schauen wir uns mal die Argumente des Blocktrainers an und ja, warum Bitcoin gegenüber der MMT Freiheit bedeutet. MMT vs. Bitcoin, Tyrannei vs. Freiheit. Wenn man so die Extrempositionen sieht, würde ich sagen, MMT ist 100% Macht beim Staat, Bitcoin ist 100% Freiheit. Ja, und wir haben hier wirklich einen mega Artikel, den würde ich euch auch gerne mal ans Herz legen. Also ihr seht, der ist super umfangreich und bei diesem Artikel gibt es super tolle Begründung für beide Seiten, aber vor allem eine super tolle Zusammenfassung am Ende. Wo man hier auch nochmal wirklich ein gutes Fazit hat. Wir gehen auch gleich auf ein paar Punkte ein und da fangen wir auch direkt schon mal mit an. Rowan Mosler, bekanntester Vertreter der MMT, sagt, der Unterschied zwischen Geld und Müll besteht darin, dass es einen Steuereintreiber gibt, kann die Erhebung der Steuern nicht durchgesetzt werden, dann geht der Wert des Dollars auf Null. Das ist eine interessante Betrachtungsweise, oder? Das bedeutet, normalerweise sagen MMTler, alle Steuern weg und einfach nur Geldhoheit in den Händen des Staates. Aber ganz offensichtlich gibt es MMTler wie Rowan Mosler, die sagen, die Steuern sind notwendig. Wenn du keinen Zwangsmechanismus hast, den du aktiv anwenden kannst, dann verliert das Geld des Staates sofort an Wert und ist nur noch Müll. Nein, Steuern haben laut der MMT mehrere Funktionen. Erstens erzeugen sie eine Nachfrage nach der Währung. Zweitens steuern sie Verteilung von Einkommen und Vermögens. Und drittens steuern sie im Falle von Konsumsteuern Verhaltensentscheidungen. Die Tabaksteuer soll zum Beispiel dafür sorgen, dass weniger Tabak konsumiert wird. Und viertens kann man mit Steuern die Konjunktursteuer. Also Steuererhöhungen bremsen die Wirtschaft, sorgen dafür, dass das Wachstum sich verlangsamt. Steuersenkungen beleben die Wirtschaft. Also je eher man Steuern vor allem für die Ärmeren senkt, desto stärker ist die belebende Wirkung für die Wirtschaft. Je eher man Steuern für Unternehmer oder Reichere senkt, desto schwächer ist die Wirkung. Sehr einfacher Zusammenhang. Also das sind laut der MMT die grundsätzlichen Eigenschaften von Steuern. Und das findet man eigentlich auch in jeder Literatur der MMT. Also hier gibt es gar nicht widerstreitende Argumente. Also das sehen eigentlich alle MMTler gleich MMT Steuern. Ja oder nein? Ja, Steuern haben Funktionen laut der MMT. Also das sieht auch kein MMTler, also zumindest keiner, den ich bisher gelesen habe, anders. Das zeigt auch, dass eigentlich dieser Traum, diese Utopie der MMTler ein Zwangssystem ist, das nur durch den staatlichen Zwang überhaupt Wert erzeugen kann. Und auf freiwilliger Ebene die Leute das staatliche Geld als Müll bewerten würden. Das ist schon mal ein starkes Stück, oder? Das ist schon eine wilde Aussage in meinen Augen. Es gibt keine freiwillige Ebene. Also auch das, er vergleicht hier seine libertäre Utopie mit der Realität. Und in der Realität haben wir eben Staaten, die Gewaltmonopole ausüben. Und ja, dieses staatliche Gewaltmonopol, dem ist jetzt erstmal jeder Staatsbürger unterworfen. Und das gibt kein anderes System, zumindest nicht im Kapitalismus. Jedes kapitalistische Land hat einen Staat, der ein Gewaltmonopol hat und ihr Eigentumsrechte garantiert. Da gibt es noch einige andere. Wir gucken uns auch mal das hier an. Nichts hindert die Regierung daran, so viel Geld zu erschaffen, wie sie will, und es an jemanden zu zahlen. Also an die besten Freunde der Regierung zum Beispiel, um so auch Kaufkraft umzuverteilen. Und wir haben auch Zitate hier drin, beispielsweise das hier von Milton Friedman, weil ja die MMTler immer sagen, dass die Geldmenge und die Entwertung des Geldes, also steigende Preise, nicht im direkten Zusammenhang stehen. Und das sehen viele Vertreter natürlich anders. Gerade die österreichische Ökonomielehre sieht das anders. Und da, denke ich, hat auch so den wichtigsten Grundstein Milton Friedman gelegt, der da auch sagte, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Also er sagt, die Geldmenge ist der relevante Faktor, wenn es um Güterpreise geht. Und das ist heute in der Mainstream-Ökonomie tatsächlich nicht mehr der Fall. Das hat sich zwar ein bisschen verändert, es ist zum Beispiel so, dass Isabel Schnabel letztens in einer Rede, Isabel Schnabel ist eine der sechs Währungshüterinnen vom Euro, und die hat letztens in einer Rede bekannt gegeben, hätte man die Geldmenge während der ganzen Corona-Pandemie mehr im Blick behalten, hätte man die Inflation kommen sehen. Spannend ist, dass man während... Ja, das ist Schwachsinn. Die Geldmenge ist schon die 30 Jahre davor wesentlich stärker gestiegen, als die Preissteigerungsrate war, ohne dass es zu einer großen Inflation kam. Also das stimmt einfach nicht. Also die Quantitätstheorie, die geht vom grundsätzlichen Zusammenhang aus. M mal V gleich P mal Y. Geldmenge mal Geldumlaufgeschwindigkeit ist gleich Preisniveau, weil Volkseinkommen und die Umlaufgeschwindigkeit ist in dieser Theorie also konstant. Das heißt, durch die Änderung, wenn man jetzt die Änderung des Volkseinkommens abzieht, also das Wirtschaftswachstum abzieht, dann führt eine Erhöhung der Geldmenge automatisch zu einer Erhöhung des Preisniveaus. Und das lässt sich empirisch nicht beobachten. Gerade wenn man sich M0 anschaut, also die Geldmenge, die in den letzten Jahrzehnten am stärksten ausgeweitet wurde. Die zwei Länder, die am stärksten die Geldmenge M0 ausgeweitet haben, sind die Schweiz und Japan. Jetzt ratet mal, in welchen Industrieländern die Inflation am niedrigsten war. Richtig, in der Schweiz und in Japan. Wie kann es einen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation geben, wenn die Inflation ausgerechnet in den Ländern, wo die Geldmenge am stärksten ausgeweitet wurde, wenn dort die Inflation am niedrigsten war? Also diesen Widerspruch, den kriegt euch kein Österreicher gelöst. Es geht nämlich nicht auf, weil es eben diesen direkten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation nicht gibt. Und Isabel Schnabel redet viel Unsinn, wenn der Tag lang ist. Die erzählt auch jeden Tag was anderes. Also das Zitat von ihr belegt jetzt überhaupt nichts. In der Corona-Pandemie aus ihrem Mund andere Dinge gehört hat. Da hat sie nämlich ähnliche Thesen vertreten wie die MMTler und sagte, dass die Geldmenge eben nicht im Zukunft... Ja, Isabel Schnabel, ähnlich wie Marcel Fratscher, vertritt jeden Tag etwas anderes. Sie ändert ihre Meinung immer so, wie es gerade... Ja, wie es am besten in den Diskurs passt. Das gilt auch für Christine Lagarde. Diese Leute haben keine ökonomische Theorie. Die erzählen das, wovon sie denken, dass sie damit am besten ankommen, dass sie damit die Interessen jener befriedigen, die sie an diese Position gesetzt haben. Die haben keine konsistente ökonomische Theorie. ... im Zusammenhang mit der Inflation stehen würde. Und das Umdenken kommt gerade. Zum Beispiel hat im Moment auch eine ähnliche Aussage die Bank für internationalen Zahlungsausgleich getroffen und sagte, ja, die Geldmenge ist durchaus ein relevanter Faktor. Hätte man diese berücksichtigt zu Zeiten der Geldmengenausweitung, dann hätte man die Inflation besser ermitteln können. Ja, und Isabel Schnabel hat eben Ähnliches gesagt. Und Isabel Schnabel hat noch angeführt, dass die Geldmenge immer noch ein wichtiger Bestandteil bei der Bemessung der Inflation ist und das nicht wegzudiskutieren ist. Und das ist sehr interessant, weil viele... Also die EZB hat bis heute tatsächlich ein offizielles Geldmengenziel. Die Geldmenge soll um 4,5 Prozent jedes Jahr wachsen. Personen, die heute gerade... Also da hat Isabel Schnabel tatsächlich recht. Aber dieses Geldmengenziel, das hält sich die EZB nieder. Ja, man halt empirisch die Erfahrung gemacht hat, dass die Inflation und das Geldmengenwachstum nichts miteinander zu tun haben. Dass nicht mal die verschiedenen Geldmengen, die man misst, also M0 bis M3, dass die sich nicht mal in einer festen Korrelation zueinander verhalten würden, sondern dass die auch relativ unabhängig voneinander schwanken. Also man so gar nicht weiß, welche Geldmenge man irgendwie begrenzen muss. In der breiten Masse immer wieder auch Gehör finden, beispielsweise Ulrike Herrmann. Die sagen ja, Milton Friedman sei schon längst widerlegt. Und das ist eben nicht der Fall. Also es gibt wirklich... Doch, das ist längst der Fall. Eine erdrückende Historie, die zeigt, dass... Alleine die Idee vom Geldmengen-Multiplikator ist, wie gesagt, empirisch widerlegt. Also schaut euch die Geldmengen M0 bis M3 an. Laut der Theorie des Geldmengen-Multiplikators sollten die sich in einem festen Verhältnis zueinander bewegen. Wenn M0 steigt, sollte M3, ja, zumindest in einem festen Zusammenhang dazu stehen. Also wenn M0 sich verdoppelt, sollte M3 sich um festen Prozentsatz dazu auch steigern. Und wenn M0 sich verdreifacht, eben auch. Aber diesen festen Zusammenhang gibt es nicht. Die Geldmengen schwanken relativ unabhängig voneinander. Und damit ist auch diese Idee des Zusammenhangs zwischen Geldmenge und Inflation schon ad absurdum geführt. Denn da müsste man erst mal sagen, auf welche Geldmenge bezieht man sich denn? Da verwendet jeder Quantitätstheoretiker dann eine andere Geldmenge. Und ja, dann auch, kommt drauf an, welchen Zeitraum, welche Geldmenge man sich anschaut. Aber auch dort gibt es meistens keinen engen Zusammenhang. Wie gesagt, die zwei Länder, die die Geldmenge im M0 am stärksten ausgeweitet haben, die Schweiz und Japan in den letzten 30 Jahren, in denen gab es die niedrigste Inflation. Das widerspricht fundamental der Quantitätstheorie. Der ursprüngliche Faktor ist für Inflation. Und dass es zwar ganz viele andere Faktoren gibt, die Inflation auslösen, also steigende Preise, dass aber trotzdem diese Faktoren immer nur Teil einer Kette sind, also einer kausalen Abfolge. Und dass der Ursprung dieser kausalen Abfolge immer das Gelddrucken ist. So sieht es mit dem Friedman, so sehe ich das übrigens auch. Und damit lässt sich tatsächlich auch Inflation in allen Zeitepochen zu jeder Zeit erklären. Nein, lässt es sich nicht. Also nenn doch mal ein Beispiel. Oder nenn doch mal diese Kausalkette. Du behauptest das gerade einfach. Ich habe gerade überlegt, wie widerlege ich das jetzt? Aber er nennt ja nicht mal, er sagt einfach, da besteht ein kausaler Zusammenhang, Punkt. Er postuliert es einfach, ohne herzuleiten, welchen kausalen Zusammenhang er denn meint. Wenn die EZB Geld druckt und dieses Geld dann in die Bankbilanzen wandert und die Banken sich davon Staatsanleihen kaufen, inwieweit führt das zu Inflation? Das führt gar nicht zu Inflation. Das führt dazu, dass der Zinssatz für Staatsanleihen sich dem Einlagezins nährt. Also es sorgt für eine marginale Zinssenkung. Also eine Zinssenkung, die die EZB durch direkte Zinssenkungen in viel, viel stärkerem Maße erreichen könnte. Also die Zinspolitik, die hat einen viel, viel stärkeren Einfluss auf den Zinssatz, als das Geld drucken. Mit allen anderen Begründungen, mit denen Ökonomen, gerade heutige Top-Ökonomen kommen, kannst du das nämlich nicht erklären. Die finden für jede Zeitepoche eine ganz eigene Erklärung. Ja, auch kannst du. Die Lohnsteigerung. Also die Steigerung des Preisniveaus ist langfristig gleich die Steigerung der Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten sind die Lohnkosten im Verhältnis zu Produktivität. Lohnkosten werden auf die Preise eines Unternehmens überwälzt. Volkswirtschaftlich gesehen sind Lohnkosten wirklich die wichtigsten Kosten, die es gibt. Das heißt, wenn die Lohnkosten steigen im Verhältnis zu Produktivität, also man muss das natürlich immer ins Verhältnis zu dem setzen, was Unternehmen produzieren können. Wenn man das so ins Verhältnis setzt, dann sieht man wirklich langfristig einen sehr, sehr engen Zusammenhang. Das lässt sich empirisch über viele, viele Jahrzehnte feststellen zwischen Lohnstückkosten und Preisniveau. Wenn die Lohnstückkosten langfristig jedes Jahr um 10% steigen, dann steigt das Preisniveau auch jedes Jahr um 10%. Relativ unabhängig vom Geldmengenwachstum. Wenn die Lohnstückkosten gar nicht steigen, wie das in Japan jetzt jahrelang der Fall war, oder jahrzehntelang der Fall war, dann steigt das Preisniveau nicht. Also die Geldmenge, die ist in Japan explodiert. Die Löhne sind nicht groß gestiegen. Was passiert? Das Preisniveau bleibt fast konstant. Es gibt keine großartige Inflation. Also mit den Löhnen kann man in Japan die ausgebliebene Inflation erklären. Mit der Geldmenge kann man es nicht. Warum da die Preise gestiegen sind? Mal ist es dann der Krieg, dann sind es die Spekulanten. Also 1971 hat Richard... Es geht hier gerade um kurzfristige Preisschocks. Die sind nicht Gegenstand der Diskussion, sondern es geht hier um langfristige Inflation. Und wenn Spekulanten, Spekulanten können auf den Rohstoffmärkten kurzfristig für Preisversorgung sorgen, aber sie können keine langfristige Inflation auslösen. Spekulationsblasen, die sich bilden, die lösen sich auch irgendwann wieder auf. Das heißt, Rohstoffspekulationen sind keine langfristige Erklärung für Inflation. Steigende Löhne dagegen schon. Richard Nixon ja den Goldschneider beendet. Seine Begründung waren damals die Spekulanten, die den Dollar entwertet haben. Die Begründung zum Beispiel von Maurice Höfgen für die aktuelle Inflation ist der Ukraine-Krieg. Und so war das schon immer so, dass Zentralbanken und Ökonomien... Also was wir gerade erlebt haben, ist keine langfristige Inflation, sondern wie eben angemerkt ein kurzfristiger Preisschock. Wir erleben steigende Rohstoffpreise, die schlagen sich in einem steigenden Preisniveau nieder. Aber diese Preissteigerungen, die sind, wie wir es ja jetzt gesehen haben, oder die Preissteigerungsraten sind nicht dauerhaft. Wir haben jetzt einen Preisschock, der sich über anderthalb bis zwei Jahre hingezogen hat. Aber die Preissteigerungsraten, die haben sich in kurzer Zeit wieder stabilisiert, weil es eben die Löhne nicht als treibende Kraft gibt. Das sieht in den USA übrigens anders aus. In den USA, da steigen die Löhne wesentlich stärker. Deswegen gibt es dort auch eine dauerhaft höhere Inflationsrate. Das haben wir hier in Europa nicht. ...die dem System nahe stand, eben Begründungen gefunden hatten, die mit allem Möglichen was zu tun hatten, nur nicht mit der Geldmenge. Weil da will man ja nicht drauf zeigen. Die will man ja weiter als ein Machtwerkzeug auch natürlich benutzen können. Ja. Geldmenge ist doch kein Machtwerkzeug. Also, wie gesagt, die Zentralbanken haben implizite Steigerungsziele, oder die EZB hat sogar ein explizites Steigerungsziel für die Geldmenge, aber daran hält sie sich nicht, weil die Geldmenge eben bei der realen Zinspolitik vollkommen irrelevant ist. Die EZB halt versucht, einen bestimmten Zins festzulegen und nicht irgendeine Geldmenge anzustreben, weil das zu extrem stark schwankenden Zinsen führen würde. Also, die Notenbanken haben zwar immer wieder versucht, Geldmengeziele festzulegen, aber das ist jedes Mal gescheitert, weil sich der Zins eben nicht so bildet, wie es den Neoklassik annimmt. Oder der Monetarismus. Also, zu dem gehört ja Milton Friedman. Das müsste übrigens die österreichische Schule, zu der sich der Blocktrainer rechnet, eigentlich als Anmaßung von Wissen kritisieren. Aber das macht er jetzt an der Stelle seltsamerweise nicht. Zum Beispiel von Luca Benati, In Long Run Evidence on Money, Growth and Inflation vom EZB Working Paper. Das impliziert, dass der Anteil der langfristigen Inflationsschwankung, der durch langfristige Geldmengewachstum erklärt wird, sehr hoch und relativ stabil war. Deutsche Bundesbank erklärt das ähnlich und dementsprechend haben wir hier einige wirklich interessante Zitate. Hier vielleicht nochmal von Isabel Schnabel. Ich lese das nochmal vor, weil das wirklich einfach, finde ich, interessant ist, das mal so zu hören, wie sie es gesagt hat. Der Inflationsschub der vergangenen Jahre stellt die Quantitätstheorie auf eine neue Probe. Vor allem stellt sich die Frage, ob der rasante Anstieg des Geldmengenwachstums im Jahre 2020 ein Warnsignal der Risiken für die Mitte. Nein, war nicht. Überspringen wir mal Isabel Schnabel. Das hatte ich eben schon. Und das ist so spannend, weil, wenn man sich mal überlegt, wie auch Christine Lagarde, die Chefin der EZB, so geredet hatte 2020. Ja, Inflation, temporär. Das ist ja sowieso immer so eine spannende Sache. Wenn immer so Ereignisse wie ein Krieg oder kurzfristig Spekulanten schuld sind an diesen hohen Preisen, dann frage ich mich, warum, wenn diese Situationen dann vergangen sind, die Preise nicht auf... Oh Mann, also ich frage mich, warum geht der nicht auf die wichtigste keynesianische Inflationstheorie an? Nämlich die Inflation ist gleich der Steigerung der Lohnstückkosten. Das ist die relevanteste keynesianische Inflationstheorie. Die befindet sich so ähnlich auch schon in der General Theory. Keynes benutzt ja nicht exakt den Begriff Lohnstückkosten, aber hat da einen sehr ähnlichen Passus in dem Teil, wo es um Inflation geht. Auf Ihr ursprüngliches Niveau zurückkommen. Herr Wallan, ihr fragt gerade etwas, sehr relevantes, aber wenn höhere Löhne das Geld entwerten, bringt das dann überhaupt was, Lohnerhöhungen zu fordern? Ja, die Löhne müssen ja jedes Jahr, nominal zumindest, mindestens um das Inflationsziel plus die Produktivitätsrate steigen, damit die Arbeiter überhaupt ihren Anteil im Produktivitätswachstum bekommen. Ansonsten sinkt ja der Lohnanteil im Volksabkommen immer weiter. Oder die Löhne, die Löhne, ähm, ähm, oder wenn die, also die Löhne, wenn die nominal konstant bleiben, aber die Kapitalgewinne immer weiter wachsen, dann sinkt ja der Anteil der Löhne am Volksabkommen. Also einfach damit die Undeichhörter nicht weiter steigt, bringt es dann natürlich etwas, Lohnerhöhungen im großen Bild in Höhe der goldenen Lohnregel zu fordern, in einzelnen Branchen, wo mehr möglich ist, wo es aufgrund der Veränderung relativer Preise sinnvoll ist, kann man auch höhere Lohnerhöhungen und fordern. Aber in der gesamten Volkswirtschaft sollten die Löhne immer entsprechend der goldenen Lohnregel angehoben werden. In Deutschland sind sie in den letzten Jahrzehnten schwächer angehoben wurden, als die goldenen Lohnregel besagt. Die Erklärung ist ganz einfach, weil in dieser Phase die Geldmenge erhöht wurde, weil eben diese Preissteigerung durch Außenfaktoren vielleicht hier und da mal stattfinden können, aber nicht der Hauptgrund dafür sind, dass alles mit der Zeit immer teurer ist. Die Hauptgrund sind wie gesagt steigende Lohnstückkosten, also steigende Lohnkosten in erster Linie. Warum auch? Die Geldmenge ist ja der relevante Punkt. Es könnte gar nicht alles immer teurer werden, wenn die Geldmenge gleich bleiben würde, weil das Geld einfach aufwerten würde und dementsprechend können die Preise gar nicht hoch. Das ist eine ganz logische Folge und das wird eben aktiv ignoriert, was hochspannt ist. Ja, und aktiv ignoriert, was hochspannt ist. Das ist eine ganz logische Folge und das wird eben aktiv ignoriert, was hochspannt ist. Ja, da haben wir es. Deutsche Inflationsrate, was ist denn hier passiert? Die Inflationsrate befand sich, hier sehen wir es, Anfang 2024 wieder auf den alten, niedrigen Niveaus von vor Beginn der Corona-Krise. Sieh einer an. Es war ein temporärer Preisschock. Die Inflationsrate befand sich auf den normalen Niveaus. Sie wurde gar nicht dauerhaft erhöht, obwohl die Geldmenge in den letzten 30 Jahren so viel stärker ausgeweitet wurde, als die Wirtschaft gewachsen ist. Ja, was nicht ins Bild passt, wird ausgeblendet. Spannend. Obwohl er es hier kurz drin hat, aber er spult einfach weiter und schenkt dem gar keine Beachtung. Das ist auch interessant. Also hier sieht man, also man sieht hier überall, es war ein kurzfristiger Preisschock. Die Preissteigerungsraten sind hochgegangen und dann gleich wieder runter. Und ja, es gab eine Rieseninflation. Er versucht es gar nicht analytisch zu betrachten. Und so haben wir hier zum Beispiel die Aussage von Maurice Höfke nämlich gehabt. Anders als viele immer noch annehmen, steuert die EZB nicht die Geldmenge. Weder will sie das, noch könnte sie das. Ja, die EZB tut das nicht. Dann? Ja, die EZB hat ein Geldmengenziel, aber das ignoriert sie. Also, sagen wir mal so, dass die EZB ist in der Zeit gegründet worden, als zumindest in der Deutschen Bundesbank der Monetarismus noch herrschende Lehre war. Entsprechend gibt es dieses offizielle Geldmengenziel, aber die EZB ignoriert es. Wir alle Notenbanken, die sowas mal eingeführt haben, es immer ignorieren mussten. Da Notenbanken nicht die Geldmenge, sondern das Zinsniveau steuern. Also da hat Maurice Höfke völlig recht. Aber die Preise sind nicht wieder runtergegangen. Exakt, die Importpreise haben sich ja dauerhaft erhöht. Wieso sollten denn die Preise runtergehen? Wenn du einen Preisschock hast und sich die Preise erhöhen, dann bleiben sie ja oben. Also, die realen Knappheiten sind ja nicht beseitigt. Also, der Wirtschaftskrieg gegen Russland wurde ja nicht beendet. Also, da jetzt zu sagen, es gab nur Spekulationen. Ja, es gab auch Spekulationen mit den Rohstoffpreisen. Sicherlich, sicherlich. Aber zum großen Teil sind die Erhöhung der Importpreise für Rohstoffe nach Europa ja auf reale Faktoren zurückzuführen. Also, wir haben ja jetzt nicht die Gaspipeline Nord Stream wieder geöffnet, zumal drei der vier Nord Stream Stränge ja zerstört wurden. Wir haben jetzt nicht die Erdgasimporte aus Russland wieder auf die alten Niveaus hochgefahren. Wir haben nicht die Rohlimporte wieder aufgenommen. Ganz im Gegenteil. Die Sanktionen werden ja immer nur noch verschärft. Also, die realen Knappheiten, die stehen ja weiter. Also, die Preise könnten wieder sinken, wenn man den Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden würde. Wie gesagt, die durch spekulationbedingten Preissteigerungen, die haben sich ja zum Teil auch wieder abgebaut. Schaut euch die Weizenpreise beispielsweise an. Schaut euch die Getreidepreise an. Bei den Rohstoffen, wo es nicht zu realen Knappheiten gekommen ist, wo sich das reale Bild nicht groß geändert hat, also jetzt nicht die Energierohstoffe, sondern einige Nahrungsmittel beispielsweise, da sind die Preise wieder gesunken. Webseite der EZB haben wir hier mal zitiert. Wie gesagt, das alles, wir brauchen da jetzt gar nicht so uns die Spekulation oder die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen anschauen. Darum geht es nicht. Es geht gerade hier um dauerhafte Inflation, nicht um einen temporären Preisschock. Das sollte man analytisch unterscheiden. Die Europäische Zentralbank EZB ist die Zentralbank des Eurogebiets. Sie ist für die Steuerung der in diesem Währungsraum umlaufenden Geldmenge zuständig. Ja, wie gesagt, die EZB hat ein Geldmengenziel, das sie selbst ignoriert. Was will... Das habe ich auch gerade gesagt. Anders als viele immer noch annehmen, steuert die EZB nicht die Geldmenge. Wer will sie das? Nein, sie steuert auch nicht die Geldmenge. Gott. Noch könnte sie das. Unser Hauptziel, so die EZB, ist die Gewährleistung stabiler Preise und das wichtigste Instrument dafür ist die Festlegung angemessen. Ja, und wenn du einen stabilen Zinssatz garantierst, dann kannst du nicht die Geldmenge steuern. Da musst du nämlich immer so viel Geld zur Verfügung stellen, wie gerade zur Gewährleistung dieses Zinssatzes notwendig ist. Also das widerspricht sich. Zinssteuerung und Geldmengensteuerung. Du kannst dich beides gleichzeitig machen. ... gemessener Zinssätze. Tja, also zum einen will die EZB das, zum anderen tut sie das und sie gibt es auch nicht. Nein, sie tut es nicht. Und ja, sie hat ein Geldmengenziel. Sie tut also so, als würde sie das steuern wollen. Aber real sehen wir, dass dieses Geldmengenziel vollkommen ignoriert wird. Noch zu. Also gar kein Grund hier, irgendetwas anderes zu behaupten. Es ist eben genau der relevante Punkt. Nein, die EZB steuert das Zinsniveau. Das hat sie auch gerade in diesem Zitat gesagt. Und ja, sie hat ein Geldmengenziel. Diese zwei Dinge widersprechen sich, aber das kann die EZB ja nicht in ihren offiziellen Statements verlautbaren. Ja, wir haben verschiedene Steuerungsarten und die widersprechen sich eigentlich. Und deswegen legen wir uns auf die eine fest. Die sagt in ihrem offiziellen Statement, nein, wir haben beides Steuerungsarten, ohne darauf einzugehen, dass sich das, wie gesagt, widerspricht. Es ist wirklich, es sind Semantik, es sind Selbstwidersprüche und Strommänner, die hier die ganze Zeit kommen. Also bisher noch kein sachliches Argument. Auch spannend ist das hier aus dem EZB-Working-Paper. Die Geldpolitik ist lockerer in Boom-Phasen als in normalen Zeiten. Das ist auch eine Evidenz, die man feststellt. Boom und Bast. Phasen, wo Aktien hochgehen, Immobilien teurer werden. Man kann eben feststellen, dass das immer in den Zeiten passiert, wo die Geldmenge sich erhöht. Und die erhöht sich natürlich durch die Entscheidung, die... Ja, warum erhöht die Geldmenge sich in Boom-Phasen? Wenn die Wirtschaft wächst, werden mehr Kredite nachgefragt. Wenn mehr Kredite nachgefragt werden, dann wächst die Geldmenge. Da Kredit... Oder zumindest die Geldmenge M3. Für M0 mag das nicht unbedingt gelten. Aber dann wächst die Geldmenge M3, weil da Geld in unserem System aus dem Nichts erschaffen werden kann. Das ist ein kausaler Zusammenhang, den der Blocktrener an dieser Stelle ignoriert. Die EZB trifft. Ja. Also in Boom-Phasen, da ist die Geldpolitik beim gleichen Zinssatz wesentlich expansiver, wesentlich wachstumsfördernder als in Rezessionsphasen. Bei einem Zinssatz von, sagen wir, 2%. Und einem nominalen Wirtschaftswachstum von 4%. Da haben wir ein Wirtschaftswachstum, was jetzt 2% höher ist als die Inflationsrate. Also die Wirtschaft entschuldet sich jedes Jahr unterm Strich um 2%. Bei einem nominalen Wirtschaftswachstum von 0%, da ist der Zinssatz von 2%. Also wir reden vom selben Zinssatz. Da ist auch ein Zinssatz von 2%. Liegt da 2% über der nominalen Wachstumsrate. Das heißt, die Schuldenlast der Wirtschaft wächst jedes Jahr um 2%. Und wir reden hier vom selben Zinssatz. Das heißt, beim selben Zinssatz ist die gleiche Geldpolitik in der einen wirtschaftlichen Situation restriktiv und in der anderen expansiv. Das ist der Unterschied. Also das ist letztlich auch nur eine Selbstverständlichkeit, wenn die Zentralbank die Zinsen nicht schnell genug anpasst, die die EZB hier aufdeckt. Die EZB gibt ja Leitzins vor, die EZB sagt, wie die Kreditrahmen sind. Es gilt tatsächlich für private wie für öffentliche Schulden, weil gerade wer im Chat nachgefragt hat. Für private Schulden sogar noch eher, da der Zinsspread zwischen sicheren öffentlichen Schulden und riskanteren privateren Schulden in der Boomphase geringer ist als in der Rezession. Also in der Rezession, da müssen die Privaten, weil das Ausfallrisiko höher ist, im Verhältnis sogar noch höhere Zinsen zahlen als die öffentliche Hand. So, dass Banken Kredite vergeben können. Und natürlich sind es dann am Ende die Banken, die es tun. Aber sie tun das ja, weil die EZB vorgibt, das Regelwerk vorgibt für das Geld. Das heißt, die EZB ist die steuernde Einheit. Man könnte es mal ganz drastisch sagen, wenn jetzt irgendein totalitärer Herrscher Krieg führt und seine Soldaten in den Tod schickt, dann wäre die Argumentation der MMTler, nicht dieser Herrscher hat Krieg geführt, die bösen Soldaten waren es. Und so argumentieren sie auch, nicht die Zentralbank steuert die Geldmenge, die bösen Banken sind es oder die guten Banken, wie auch immer man sagt. Aber sie sagen ja eben, es wäre ein Prozess, der im Markt sich ergibt und das ist eben nicht wahr. Die Zentralbanken geben den Banken den Handlungsspielraum vor. Punkt. Und ganz klar, was sie zu tun haben. Also es ist hier eben eine völlig verquere Weltsicht, wenn man das so will. Das war wirklich interessant. Also ich konnte alle fünf Sekunden gefühlt widersprechen, das war wirklich, wirklich interessant. Ich würde sagen, das Reaktionsvideo geht an der Stelle auch schon lang genug. Wir reagieren dann auf den anderen Teil vielleicht nächstes Mal. Mal gucken, ob ich Lust habe. Mal gucken, ob ich nächstes Mal Lust habe, weiter zu reagieren. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Okay, also ihr merkt es. Also wir haben auf Österreicher reagiert, das war ja in der Diskussion mit Maurice Höfken genauso. Da kann man echt alle drei Sekunden widersprechen. Es ist faszinierend. Es ist wirklich, wirklich faszinierend. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.